Falscher Knopf Toll, falsche Ecke Ah, schon wieder falscher Knopf Ich fühl mich ein bisschen vor Hohlepipit Da ist sie kaputt Wo müssen wir denn hier hin mit dem Ding? Na komm Aber hat mir die Lady nicht auch einen Ring gegeben? Warte mal, wir machen erstmal unser Level-Update, oder? Machen wir zweimal auf Fidget Ich will eigentlich nicht Ich will diese Tausender-Kombo Na komm, das lassen wir Der hässliche Anhänger War das der, der leuchtet? Oh, nicht so hoch Ah, nicht so weit runter Och Mann Okay, das war übrigens nicht der richtige Anhänger Ähm, also wieder den Guten rein Mit Leben regenerieren Oh ja Sind doch überhaupt nicht übertrieben Diese Stacheln Ja, klar So, jetzt mal ein bisschen Ruhe hier reinkommen Lassen wir Da ist er Wir haben keine Schlüssel Wir haben uns den ganzen Weg hier hochgekämpft Und haben keine Schlüssel Ich werde Ich werde Toll, den ganzen Weg Nochmal So sieht's aus Oh Gott, ey Verdammt Wieso haben wir keine Schlüssel mehr? Und wieso will ich nach rechts? Das ist doch völlig falsch Wir müssen nach links Hallo Großer Gib mir einen Finger Und hier Je Bis dann Oh Gott Tta Tta was Das war's für heute. Au! Jawohl, klar, ganz da unten. Dann können wir uns auch gleich hier nochmal umgucken. Da gab es, äh, nichts. Hier irgendwas nötig. Wupp, wupp, wupp. Kiste, und wir haben immer noch keine Schlüssel. Mann. Wir hätten nicht diese eine Kiste aufmachen sollen, äh, wo der Freund drin war. Also müssen wir den ganzen Bereich denn hier nochmal durchgehen, wenn wir wieder Schlüssel haben. Apropos Schlüssel, da wäre ein. Wie soll man denn da oben da rankommen? Das war's für heute. Hm. Ja, das kannst du doch vergessen. Wie soll man das denn machen? Wie soll denn das gehen? Wie soll man das machen? Es wird immer kürzer. Selbst wenn man da auf dieser Plattform landet, ja, man kommt ja nicht wieder nach oben. Also sind schon ordentlich knackig manche Rätsel hier, ja. Weil, wie gesagt, selbst da zu treffen, haust es nur in die Dinger rein. Das macht keinen Sinn. Ach, Hallöchen. So, ich hab mal einen Wunsch. Die da. Drei Stück. Und können wir dir was Neues verkaufen? Ja, guckt mal. Eine Spritz... Ein Spritzkäferauge. Ekelig, aber okay. Und ein Spritzkäferbein. Auch das. Bitteschön. Bitteschön. Du bist du. Bitteschön. 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 Du bist du. Du bist du. Das ist Bust, und das ist Fidget. Wir kamen von Mudpot zu suchen, den sie nennen, »The Lady«. Der Spreng hat sich geblüht, und ich bin hier, um herauszufinden, warum. Du würdest du in meine Domäne fragen mich? Ja, die Wasser haben geblüht. Ich bin die, um sie zu verhindern. Warte, Bust. Ich glaube nicht, dass sie zu sein, dass sie so kassiert sind. Ich habe keine Ausreden. Ich bin Lady Tethys, und du wirst mich als solche, mit der Kürtese reserviert für alle kraftvollen Beziehungen des Reiches. Okay, Bust, vielleicht sollte du mit Beth ein bisschen sterben. Sie werden sich ziemlich ticked aus. Lady Tethys, die Mudpots brauchen deine Hilfe. Eine von ihnen ist bereits nahe zu sterben, aber deine Healy-Water können seine Leben schützen. Du, ein Surface-Dweller, würdest du meine Angelegenheiten fragen? Was? Wer glaubst du, du bist? Du hast mich, um mich zu verlassen, die Wasser des Reiches? Ich würde mich fragen, die Motiven von jeder Kürtese, däuner oder nicht, die lassen ihre Beziehungen zu verlassen, ohne Grund. Ich fühle mich die Endless Konflikten, als meine Wasser fliehen und fliehen durch deine Lande. Ich sehe diese Wasser, zuerstellen dich zu einem Kürtese, wie dich selbst. Ein Kürtese, mit einem Kürtese zackert. Ein Kürtese, wie ich? Du meinst... Er führt eine große Armee über diese Lande, spüren die Innocenten Blut, und benutzt meine Wasser, um die Leben zu geben, um seine Kampagne zu verraten. Ich habe die Wasser verraten, damit ich die Verraten verraten kann. Aber du verraten die Innocenten und die Verraten sind. Deine eigenen Follower und Mudpot werden ohne das Wasser sterben. Wenn ihre Todes sind, um diese Welt zu retten, das ist ein Verraten, die ich bereit zu machen. Du sprachst in schrecklichem Art. Eine Person, eine Familie, eine Kirche. Ihre Todes, die gleiche als yours, sind nicht bedeutend für das größere Good. Ich fühle mich eine riesige Gefahr. Segen Sie sich. Ich habe gesehen, wo dein Weg endet, Frau Tethys. Und ich werde nicht, dass du zu einem selben Verraten verraten. Zu viele Innocenten haben bereits sterben, dank der Geyser-Kampagne. So sei es, Surfer-Dweller. Wenn du deine Schuhe gegen mich geraten würdest, dann bereitst du, dass du deine kürzenden Seine aus dem Körper aus dem Körper und in diesen hohen Wagen geraten hast. Das glaube ich nicht, Lady. Lady Tethys. Macht dolle Aua, die Lady. Aber ist jetzt auch nicht so stark die Gute. Geht. Geht. Ich habe die Säge von all den Innocenten, die er verletzt, schreitend für Hilfe. Und ich habe in dieser Schmerz, diesen Willen für Justiz, nicht mehr als kostet. Justiz muss mit der Verzüge sein werden, Lady Teckis. Otherwise, es ist nichts mehr als Revenge. Ich muss mich entschuldigen, Dust. Ich sehe jetzt, dass du einen von den Bläden von Elisien hast. Hatte ich vorher schon gesehen, hätte ich ihn mit mehr Respekt behandelt. Blades von Elysium? Ich werde später erklären. Wir haben andere, mehr Pressing-Mattern in Hand. Ich weiß, du fühlst, dass du das richtig gemacht hast, indem du die Wasser zurückgeholt hast. Aber Muttpott braucht sie jetzt mehr als immer. Oh, die Wasser, ja! Ich hoffe nur, dass es nicht zu late ist. Ja. Ja. Obwohl ihr Mutt es nur noch nicht, ich glaube, dass ich wenigstens für General Gaius und seine Kampagne auf der Ebene getan habe. Ich kann schon fühlen seine Arme. Sie gehen nach links, nach den Mountainen. Dann müssen wir schnell, Ginger war auch da. Bevor du gehen kannst, vielleicht kann ich mich für Freie mich mit der Madness. In der Basis der Norden gibt es eine große Stadte. Der Barall dieser Land ist ein Mann, der Kale nennen. Er kennt einen General, und wenn du ihn helfen kannst, er wird bereit für dich in deine Reise zu enden. Und wie wissen du all das? Weil ich mich auf die Leidung des Lebensstrahls fühle, mein Lieber. Ich kann all die Leidung durch die Wasser, die ich auf die Flüge sende. Jetzt, mehr als immer, kann ich das Gefahr fühlen, die alle Flüge fühlen. Das ist mein General's hatred. Er ist nicht mein General. Vielleicht nicht jetzt, aber ich kann sehen, dass du dich sehr nahe zu diesem General Geist. Kannst du in meine Vergangenheit sehen? Dein Geist ist vergangen. Wie ein Schmerz. Ich kann nur sehen reflektions in den Schmerzen. Und was ich sehe, macht keinen Sinn, sogar für mich. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz.